Wie gut war eigentlich Zinedine Zidane, Spitzname Zizou, die weiße Katze, wie ihn vor vielen Jahren ein Jugendtrainer taufte. Heute vor allem als erfolgreicher Coach von Real Madrid bekannt, als Spieler, Welt- und Europameister, Champions-League-Sieger und dreifacher Weltfußballer. Das ist seine Geschichte. Zinedine Yazid Zidane kam 1972 in Marseille als Sohn algerischer Einwanderer zur Welt und lebte mit seinen Eltern und vier älteren Geschwistern in einer der ärmsten Viertel der Stadt. Fußballspielen lernte er sprichwörtlich auf der Straße. Erst mit zehn ging er zu einem kleineren Verein. Nur kurze Zeit später wurde er von einem Scout von AS Cannes entdeckt, wo er erst mal sechs Wochen vorspielen sollte. Aus diesen sechs Wochen wurden vier Jahre. Den Coaches sind zwei Dinge sofort aufgefallen. Hier hat jemand ein unglaubliches fußballerisches Talent, aber auch jede Menge Temperament. Er schlug einen Gegenspieler, nachdem der sich über seine Kindheit im Ghetto lustig gemacht hatte. Es war das erste Mal, dass es in seiner Karriere zu Kurzschlussreaktionen wie dieser kam. Nicht das letzte Mal. Mit 20 wechselte er zu Liga-Konkurrent Bordeaux, wo er seinen nationalen Durchbruch feiern konnte. Man gewann den etwas Prestige-ärmeren Inter-Toto-Cup und verlor im UEFA-Cup erst im Finale gegen Bayern München. Und obwohl Bordeaux in der Liga nicht wirklich überzeugen konnte, wurde sie dann dank starker Leistungen zum Spieler des Jahres in der Liga gewählt. Die Top-Klubs rieben sich die Hände. Und Zidane entschied sich für einen Wechsel zum frischgebackenen Champions-League-Sieger Juventus Turin. Er war direkt gesetzt, wurde zum besten ausländischen Spieler der Saison gewählt. Juve wurde nach seiner Ankunft zweimal in Folge Meister und schaffte es zweimal in Folge wieder ins Champions-League-Finale. Allerdings ohne Erfolg. Erst unterlag man 97 dem BVB und 98 Real Madrid. Trotzdem, spätestens jetzt war der Name Zidane europaweit bekannt. Und zum Weltstar wurde er bei der anschließenden WM 98. Obwohl er in der Gruppenphase gegen Saudi-Arabien nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz flog, wurde er einer der besten Spieler des Turniers, welches von seiner Glanzvorstellung im Finale gegen Brasilien gekrönt wurde. Er dominierte nicht nur das Geschehen im Mittelfeld, sondern machte auch zwei Tore per Kopf und wurde zum Man of the Match. Frankreich war Weltmeister und Zidane der neue Nationalheld. Anschließend wurde er zum ersten Mal Weltfußballer. Kopfballstärke galt bis dahin eigentlich nicht zu seinen Vorzügen. Aber spätestens jetzt musste die Frage gestellt werden, was kann dieser Mann eigentlich nicht? Er war einer der komplettesten Mittelfeldspieler, den die Welt je gesehen hat. Seine Ballbehandlung war an Eleganz und Feingefühl kaum zu übertreffen. Wie so ein großgewachsener Spieler mit so langen Beinen, mit so einer Lässigkeit dribbeln konnte, bleibt für viele bis heute ein Rätsel. Jede Ballberührung, jeder noch so komplizierte Trick wirkte wie das einfachste der Welt. Er konnte jeden noch so schwierigen Pass spielen und war selber torgefährlich. Mit beiden Füßen. Und als wäre das noch nicht genug, er war eben wegen seiner Größe auch noch deutlich physischer als viele andere gute Techniker und sich nicht zu schade, intensiv mit nach hinten zu arbeiten. Aber nicht nur seine technischen Fähigkeiten waren besonders, sondern vor allem auch seine Spielintelligenz. Er war wie ein Dirigent seiner Mannschaft. Konnte Räume sehen, bevor es sie gab. Er war allen anderen oft einen Schritt voraus. Zlatan Ibrahimovic sagte mal über ihn, wenn er aufs Feld kam, wurden die anderen zehn Spieler sofort besser. So einfach ist das. So richtig schlecht waren die anderen zehn der französischen Nationalmannschaft aber auf keinen Fall. An der Seite von weiteren Legenden wie Thierry Henry, Didier Deschamps, Patrick Vieira, Lilian Thuram und anderen gewann er zwei Jahre nach der WM auch die EM. Zlatan wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt, ein zweites Mal zum Weltfußballer und ein Jahr später zum teuersten Spieler der Geschichte. Real Madrid investierte 2001 rund 77,5 Millionen Euro, um den mittlerweile 29-Jährigen zu verpflichten. Damals eine immens große Summe. Aber es sollte sich lohnen. 2002 stand er zum dritten Mal in einem Champions-League-Finale und dieses Mal überließ er nichts dem Zufall. Nach einer Flanke von Roberto Carlos macht er eins der schönsten Tore der Champions-League-Geschichte. Ein Volley-Schuss von der Strafraumgrenze mit seinem vermeintlich schwächeren linken Fuß in den Winkel zum 2-zu-1-Endstand. In fünf Jahren bei Real war er in 227 Spielen an 117 Toren beteiligt. Nur die Titelausbeute war, abgesehen vom Champions-League-Titel und einer Meisterschaft im Jahr danach, überschaubar. Auch mit Frankreich sollte kein weiterer Titel folgen. 2002 und 2004 enttäuschte das Team bei den großen Turnieren auf ganzer Linie. Er trat sogar anschließend aus der Nationalelf zurück. Aber für die WM 2006 ließ er sich zum Rücktritt vom Rücktritt überreden. Mit Erfolg. Frankreich schaffte es auch dank wichtiger Treffer von ihm bis ins Finale. Vor dem Turnier hatte er bereits angekündigt, seine Karriere danach zu beenden. Und der zweite Weltmeistertitel hätte der krönende Abschluss dieser herausragenden Karriere werden können. Aber es kam anders. In der Verlängerung vom Finale gab er Italiens Marco Materazzi einen Kopfstoß auf die Brust. Nachdem der nach eigener Aussage einen Spruch über Sidans Schwester gebracht hat. Er flog mit Rot vom Platz. Und Frankreich verlor im Elfmeterschießen. Ein unrühmliches Ende für eine Karriere wie diese. Aber irgendwo auch passend. Die Familie und Herkunft stand für ihn immer über allem. Tätlichkeiten und rote Karten begleiteten ihn seit seinen Anfängen. Es war auch nicht sein erster Kopfstoß. Den verpasste er 2000-Jochen Kienz vom HSV. Er selber sagte später, 12 meiner 14 roten Karten in meiner Karriere waren das Ergebnis von Provokationen. Das ist keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung. Aber meine Leidenschaft, mein Temperament und Blut haben mich so reagieren lassen. Was sagt ihr zur ereignisreichen Karriere von Zizou? Schreibt es in die Kommentare und denkt dran zu liken und zu abonnieren.